Hallo meine Freunde, heute gibt es von mir nur noch einen Smoothie, den machen wir aus einer Banane, ein Viertel von Peperoni, die rote, dazu Kokosflocken, Mandeln und halt profanes Wasser. Also jetzt erst fangen wir mit einer Banane an, Ich schneide mal jetzt. Und hol das da rein. Zunächst die Kokosflocken, dann die Nüsse, also die Mandeln und jetzt ein Viertel von Peperoni. Habe ich vorher noch nicht getrunken gegessen, noch nicht probiert heute den Smoti, mal gucken wie der was schmeckt. Das ist das hier Peperoni. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt geschnitten. Ich mag schon wie der schmeckt. Das ist jetzt eine Premiere, scharfer Smoothie. Dann habe ich jetzt Wasser. Und dann mixen wir es jetzt einfach mal. Mixen wir es jetzt einfach mal. Und drittend. jetzt r段 lassen wir GREEDEN, ich musste hier Zeit發現, weil es ancora sehr gut manger wird. Donne einen eine einigen Sieger, unter dem Film. Aha. Das ist jetztKA individuell. Vertraue die ranks Independente. Das upgrades ist richtig. Schauchern muss doch dabei werden. Ist ja bestehender. Das ist exactamente einfach, ich kann ja sinnvoll sein, ich würde es hätte einfach einfach nicht geschaffen. Wenn das reicht, ist jetzt fertig. Sieht hier auch schon sehr rot aus, ist auch von der Paperoni und will ich jetzt mal probieren. Wenn es jetzt mal echt gefallen, wie das schmeckt. Denk mal sehr scharf. Jo kann man essen. So schmeckt. Ich schärfe der Paperoni wirklich noch nach, es ist sehr gut. Ja, kann ich empfehlen. Also kann man nachmachen und schmeckt halt. Ja, die Schärfe gefällt. Ihr könnt auch gerne mehr Peperoni machen als in der ganzen Halbe. Drei Viertel davon von der ganzen Peperoni. Und ich habe die Mittelschaften genommen. Die ganzen Schafen noch nicht. Ja. Und wir haben die Resten gegessen. So könnte alles leer. So. Und falls euch das Video gefallen hat, was euch das Smoothie gefallen hat, könnt ihr auch gerne nachmachen. Wie gesagt, was euch gefallen hat, dann hoch, was nicht dann runter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ira